Ein YouTube-Interview im Fraktionssaal der AfD im Landtag von Nordrhein-Westfalen sorgt für Ärger. Die AfD wurde aufgefordert, das Video wieder zu löschen. Die AfD hatte ihren Fraktionssaal einem YouTuber für ein Interview mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen von der Partei Werte Union und ihrem eigenen Fraktionschef Martin Vinzenz zur Verfügung gestellt. Laut Landtagspräsident André Cooper hat die AfD damit gegen das Gesetz verstoßen. Der Vorwurf, die zweckwidrige Nutzung des Saales. Man überprüfe das derzeit juristisch, so die AfD-Fraktion. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.